So, herzlich willkommen zu einer kleinen Böller-Tour im Wald. Schneigt gerade richtig geil. Wir fangen an mit aktuellen Veko Pyrocrackern. Und den letzten schmeißen wir jetzt runter. Jetzt alte Veko Chinaknaller. Jetzt einmal ein Superweller 2. Jetzt ein Singleshot von der Schock-Attack. Helios Kubi. So, jetzt Flashbang und Heuler auf Schlag. So, jetzt Chinabel AD von Nico. So, jetzt Ninja Cracker Packet Cracker Matze. Da haben wir einen Super 2 noch mal. Mega Sam. So, jetzt 40er Knallmatze von Mini-Knallern von Veko. So, jetzt 40er Knallmatze von Mini-Knallern von Veko. Da muss ich kleinen Knall mal. So, jetzt. So, jetzt ist der 2. Knall. Und jetzt in der 2. Knall. Und hier ist die 1. Knall. Und noch mal einen dritten. So, jetzt Flashbang. Richtig gerne Location. Viel Spaß. Schöner alter Reiber von Komet aus dem Blister. Knaller. Ziemlich dumpfer Knall. Kaila Sand.